Moin Leute, ihr habt abgestimmt und 77% von euch wollten ein Step-by-Step-Video von meinem Akkutest und wie ich ihn aufbaue. Also hier ist es. Ich habe 16x 230 Amperestunden EVE Lithium-Eisenphosphat aus China bekommen, bestellt bei Shenzhen Basin über Alibaba für 1538 Euro inklusive Zoll und Versand. Die Links sind wie immer unten in der Beschreibung. Und ich werde euch heute zeigen, wie ich die Teile teste und wie ich den Akku dann Schritt für Schritt zusammenbaue. Und wie immer, ich habe dort als normaler Kunde bestellt und habe kein Geld dafür bekommen. Aber die kennen meinen Kanal, also möglicherweise bekomme ich Promoware, das weiß ich natürlich nicht. Bitte erzählt von euren Erfahrungen, wenn ihr denn welche habt, dann trage ich die halt weiter, dann haben wir alle was davon. Kleiner Disclaimer, das hier dokumentiert nur mein eigenes Projekt. Falls ihr sowas selber angehen wollt, dann macht ihr das auf komplett eigene Verantwortung. Meine Videos reichen dazu auf keinen Fall aus, um sowas nachzubauen. Also das ist eine kleine Warnung vorab. Als allererstes machen wir eine visuelle Inspektion. Ich hole mal alle 16 raus, ich gucke mal, ob ich die auf den Tisch bekomme und dann schauen wir uns die mal genau an. Ich zeige euch, worauf man da zu achten hat oder worauf ich achte. So, das sind alle 16 Stück, die ich hier habe, die geliefert geworden sind. Ich habe die auch wirklich gerade so ausgepackt. Worauf ich jetzt als allererstes achte, ist, ich gucke mir die visuell an. Das heißt, das Erste, was ich checke, ist, ist hier irgendwo Rost, ist hier in der Außenhaut irgendeine Beschädigung oder sowas. Sowas muss man unbedingt checken. Ihr könnt euch hier oben die Polar angucken, ist hier irgendwas zu erkennen, Rost oder sonst irgendwie was. Ganz, ganz wichtig, dieses Auslassventil, das ist ein Druckablassventil. Also falls der Akku irgendwie Druck aufbaut, kann er hier den Druck ablassen. Wenn hier eine Beschädigung drin ist, ist das Ding am Arsch. Also dann ist er kaputt, da kann man nichts mehr machen. Hier ist ein Barcode aufgeprägt, den muss man auch checken, die sind gerne weggeflext oder sonst irgendwie was. Das muss nicht zwangsweise schlimm sein, aber es ist in der Regel kein besonders gutes Zeichen. Okay, ich checke die jetzt mal alle durch, also gucke mir die oben unten an und wenn alles okay ist, dann machen wir den nächsten Schritt. Okay, die Akkus waren für mich alle in Ordnung, also rein visuell jetzt erstmal. Worauf man auch achten muss, ist, dass sie nicht irgendwie stark ausgebeult sind. Also die sind nicht immer komplett plan, das ist nicht schlimm, aber es sollte jetzt keine dicke fühlbare Beule oder sowas da drin stecken. Das wäre auch kein besonders gutes Zeichen. Okay, der nächste Schritt ist die erste initiale Messung und in meinen Augen ist das auch mit die wichtigste. Das mache ich mit diesem Gerät, das ist ein sogenannter YR1030. Mit dem kann ich den inneren Widerstand dieser Akkus messen. Also ich kann in Milliohm messen, wie viel Widerstand haben die. Und dieser Widerstand gibt mir unfassbar viele Informationen darüber. Das ist ein sehr, sehr guter Indikator für das Alter der Zelle und auch für den Zustand der Zelle. Deswegen kann ich nur empfehlen, sich sowas zu holen. Das ist mit Abstand der beste Indikator, also zumindest einer der wichtigsten. Was mache ich jetzt? Ich halte quasi dieses Gerät hier dran, überall. Ich zeige euch das gleich nochmal, wie das aussieht und checke jetzt, wie ist der Widerstand. Hier vorne steht ja auch schon drauf, wo er sein sollte. Also 0,25 Milliohm sollte der sein, das ist sehr, sehr klein und so genau. Und in dem Bereich sollte er auch schwanken. Das Gerät hat selber ein bisschen Schwankungen. Also wenn jetzt ein bisschen, was weiß ich, nach oben oder unten schwankt, ist nicht schlimm. Sollte aber, wie gesagt, nicht zu weit weg davon sein, besonders nicht nach oben. Ein weiterer wichtiger Indikator ist auch die initiale Spannung. Also ihr habt ja jetzt hier, könnt ihr direkt messen, wie viel Spannung liegt an. Und normalerweise werden die bei 3,3 oder 3,29 Volt verschickt. Ja, ich glaube, das ist vorgegeben. Und da die Teile ja ungefähr zwei Monate unterwegs sind, ist das schon mal ein sehr, sehr guter Indikator dafür, ob die halt irgendwie einen Spannungsverlust erleiden. Also normal, ich muss die halt immer checken, halten die die Spannung auch zum Beispiel über 30 Tage. Auch das ist ein sehr wichtiger Test, um Akkus zu bewerten. Okay, messen wir jetzt nochmal alle durch und gucken nochmal, wie die hier performen. Das allererste, was ich machen muss, ist das Gerät zu nullen. Das heißt, ich halte die beiden Elektroden aneinander, drücke den Zero-Knopf, damit er weiß, das ist der initiale Widerstand, der hier im Kabel und so weiter herrscht. Den kann ich dann einfach abziehen. Also alle Akkus haben internen Widerstand von circa 0,24, 0,25 sowas um den Dreh. Also das passt absolut perfekt. Die Spannung ist bei allen exakt 3,29 Volt. Also auch das passt perfekt. Das macht jetzt erstmal einen sehr, sehr guten Eindruck. Die sind auch alle absolut identisch. Also hier ist nichts zu sehen. Bisher macht das alles einen sehr, sehr sauberen Eindruck. Okay, nun kommt der Kapazitätstest. Bei Bedarf könnte er so einen Kapazitätstest machen. Ich habe das mal exemplarisch für einen Akku durchgeführt. Ich selbst habe das mit diesem Gerät gemacht. Das ist irgendwie ein ZKE Tech Battery Tester EBC20, EBC A20. Das Teil schließt man dann an den Akku an, installiert die Software und die Treiber und dann wird es per USB an den Rechner angeschlossen. Man kann losgehen. Ich zeige euch hier, wie das so aussieht. Also die Software und wie ich es eingestellt habe. Wenn ihr dann fertig seid, bekommt ihr so eine Messung, wie die hier aussieht. Und die solltet ihr dann mit dem Datenblatt vergleichen. Also mit dem Datenblatt des Akkus. Die Datenblätter von solchen Akkus könnt ihr zum Beispiel bei WillPros im Forum finden. Link ist wieder hier unten. Ihr könnt jetzt hier mal die beiden Kurven im Vergleich sehen und ihr seht, die sind sehr, sehr ähnlich. Zudem konnte ich noch 230,7 Amperestunden messen. Also auch das ist völlig in Ordnung. Also es sieht hier so aus, als hätte ich ganz gute Ware bekommen. Noch eine kleine Info für euch. Wenn Lithium-Eisenphosphat-Zellen so circa zwei bis drei Stunden nach der Vollladung etwas an Spannung verlieren und dann aber konstant bleiben, so ist das meines Wissens nach nicht dramatisch und relativ normal. Schaut zum Beispiel hier auf dieser Seite vorbei. Hier ist eine saukoole Seite mit ganz, ganz vielen Akkutests und so weiter. Und er hat auch zusammengeschrieben, wie so typische Ladeverläufe von Lithium-Eisenphosphat-Batterien aussehen. Und da seht ihr auch diese typischen Ladekurven und auch den Spannungsabfall nach dem Laden, der ist dargestellt. Dieser Abfall, der da passiert, ist auch abhängig vom Abbruchstrom. Also bei welchem Strom ist das Laden dann quasi vorbei. Das könnt ihr einstellen, ob zum Beispiel 200 mA sind oder 10 mA. Je nachdem ändert sich das so ein bisschen. Okay, Energieverlust muss man messen. Das ist ein relativ wichtiger Test. Dafür müsst ihr die Teile vollladen und 14 bis 30 Tage stehen lassen und die Restkapazität messen. Also so ganz grob sollten für 10 Tage maximal 1 bis 2 Prozent Verlust an Energie nicht überschritten werden. Bitte beachtet auch hier die Genauigkeit. Also die Messung ist natürlich fehlerbehaftet. Alternativ könnt ihr auch den Spannungsdrop messen. Ja, das macht man typischerweise dann bei State of Charge 50 Prozent oder sowas. Das ist aber viel ungenauer, da der Ladezustand der Batterie über der Spannung sehr, sehr flach verläuft. So könnt ihr nur sehr große Verluste oder wirklich grobe Fehler finden. Mehr ist da nicht drin. Top-Balancen. Dieser Schritt ist jetzt relativ simpel. Die Einzelakkus werden dann erstmal alle auf eine ähnliche Spannung gebracht und zwar indem wir die einfach alle parallel schalten. Bevor ihr die parallel schaltet, müsst ihr aber erstmal zusehen, dass der Spannungsunterschied zwischen den Akkus nicht zu groß wird. Und welche Spannungsdifferenz da noch okay ist, könnt ihr euch eigentlich relativ einfach ausrechnen oder zumindest abschätzen. Meine Akkus haben zum Beispiel einen inneren Widerstand von 0,00028 Ohm und wenn wir jetzt 0,1 Volt in Spannungsdifferenz haben, dann werden das laut dem Ohmschen gesetzt. Also 0,1 Volt geteilt durch die 0,00028 Ohm und dann sind wir dann bei 357 Ampere. Also das wäre ein bisschen viel. Bei 0,001 Volt zum Beispiel wäre es dann halt ein 10er Faktor weniger. Da wären wir dann bei 35,7 Ampere und da würde ich sagen, das ist kein Problem. Das können die Busbars ab und auch die Akkus relativ locker. Das wäre kein Thema. Nachdem die jetzt irgendwie auf diese 0,001 Volt angeglichen sind, schalte ich die jetzt parallel. Also wirklich Plus an Plus einfach und Minus an Minus. Wenn ihr das gemacht habt, dann schließt ihr dann noch ein Ladegerät an und ladet alle parallel geschalteten Akkus hoch auf 3,65 Volt. Damit sind die bei den 3,65 Volt jetzt alle gleich und ihr lasst die am besten, nachdem ihr das gemacht habt, auch nochmal ruhig einen Tag stehen oder so, damit die wirklich ausgeglichen sind. Das ist eigentlich eine gute Sache. Wofür ist das wichtig? Das ist relativ einfach. Wenn ihr zum Beispiel zwei Akkus habt, die nicht die gleiche Kapazität haben und ihr die entladet, dann kann es halt sein, dass der Akku mit weniger Kapazität schneller an Spannung verliert als der andere. Ladet ihr die jetzt aber zurück, also einfach wieder aufladen, dann treffen die sich wieder oben bei den 3,65 Volt und die wollen wir auf keinen Fall überschreiten. Das BMS verhindert das natürlich, aber warum nicht irgendwie lieber eine doppelte Absicherung haben und wissen, dass alle da ungefähr gleich sind? Dann bist du auf jeden Fall safe. Ja, als nächstes müsst ihr jetzt wirklich den Aufbau planen. Und jetzt ist es so, bei 16 Akkus ist es ziemlich einfach. In meinem Fall habe ich aber 32 und die Teile sind auch noch unterschiedlich dick, also von der Dicke hier. Da ist es total wichtig, also ich muss die Akkus auf beide Reihen gleichmäßig aufteilen, um dieselbe Gesamtlänge zu erhalten. Das hat den Grund, weil ich die dann zusammenpressen möchte und wenn die natürlich eine unterschiedliche Länge da irgendwie haben, kriege ich ein Problem. Hier in Braun sind praktisch die Bretter, also die ich dann später zum Zusammenpressen verwende, eingezeichnet. Hier sind dann irgendwie Gewindestangen, die ich noch habe. Das könnt ihr gleich aber nochmal sehen. Ohne Verpressung ist es tatsächlich so, dass die Akkus erheblich kürzer halten. Ja, also das ist ein relativ wichtiger Fakt. Und hier links, ich blende es euch nochmal ein, seht ihr den Unterschied in der Zyklenfestigkeit, also mit oder ohne Verpressung. Hier in grün seht ihr jetzt die Kabel und die Verbindungen, die ich irgendwie brauche oder die Busbars, die ich dort nutze. Das sind tatsächlich diese Busbars, die auch mitgeliefert wurden. Also ich traue den Dingern tatsächlich, ich habe die mal angeritzt und das sieht mir doch sehr so aus, als wäre das Kupfer. Das sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Ganz hinten seht ihr jetzt den Plus- und den Minuspol vom gesamten Akku. Der wird dann tatsächlich an meinen Wechselrichter angeschlossen. An den Minuspol kommt dann noch das JK BMS, also das Battery Management System, welches dann die Einzelspannungen der Akkus, die Temperatur und auch den Strom überwacht und den Minuspol trennt, wenn irgendetwas nicht stimmt. Das BMS trennt bei 150 Ampere Strom. Am Pluspol könnt ihr sehen, habe ich aber zusätzlich noch einen NH0-Trenner, also tatsächlich eine Sicherung, der mit 120 Ampere abgesichert ist. Meine Maximalbelastung liegt aber bei 100 Ampere, also viel mehr habe ich nicht eingeplant. Und das entspricht dann ca. 5 kW. Die Akkus können aber ungefähr so viel Strom liefern, wie sie Kapazität haben. Also in meinem Fall wären das tatsächlich 430 Ampere. Da möchte ich aber deutlich drunter bleiben, erstmal um die Lebensdauer zu erhöhen. Und ich brauche die auch einfach nicht. Also so viel Strom ist bei mir überhaupt nicht nötig. Die gelieferten Busbars, die ich euch eben gezeigt habe, also diese Dinger hier, die haben eine Querschnittsfläche von ca. 50 mm². Ich vermute, dass es Kupfer ist, ob es eine Legierung ist oder so, das weiß ich nicht genau. Vom Widerstand sind die völlig in Ordnung, also das passt. Und die Zwischenkabel, die ich verwende, sehen dann so aus. Die habe ich mir dann selber gemacht. Die haben 35 mm², die habe ich selber hergestellt. Die können also so einen maximalen Strom von ca. 158 Ampere aushalten. Hier muss ich euch bitten, ordentliche Kabelschuhe und Kabel zu nehmen. Also hier bitte nicht sparen, da das wirklich massiv belastet wird. Und da sollte man nur wirklich, da ist das Geld am falschen Ende gespart. Also hier bitte ordentliches Zeug kaufen. Auch die Kabelschuhe richtig dicke nehmen, nicht diese Billigdinger, die man irgendwie bei Amazon oder so bekommt. Die Grenzwerte, die blende ich euch hier nochmal ein. Da habe ich die gefunden. Da könntet ihr die beispielsweise auch hernehmen. Ist eine gute Tabelle, finde ich. Da kann man sich ganz gut dran halten. Okay, als nächstes müsst ihr den Aufstellungsort auswählen. Hier müsst ihr die Temperatur beachten. Die sollte halt nicht groß unter 5 Grad Celsius gehen und am besten auch nicht groß über die 50 Grad kommen. Je nachdem müsst ihr halt Isolierung verwenden oder noch ein kleines Heizpad einplanen oder sowas. Feuchtigkeit müsst ihr beachten. Also eine hohe Luftfeuchtigkeit ist generell überhaupt nicht optimal für Elektronik. Je nachdem, wie ihr auch hier isolieren oder heizen oder irgendwie abschirmen. Zudem würde ich die Akkus einen Meter über dem Boden aufstellen, falls es mal zum Hochwasser kommt. Weil ihr könnt euch vorstellen, wenn so ein Riesenakku unter Wasser gerät, ist das sicherlich keine gute Idee. Okay, Akkus verbinden. Jetzt schließt ihr praktisch einen Akku an den anderen an. Ihr seht es jetzt hier als erstes immer diese Zweierblöcke parallel. Bitte ganz, ganz stark darauf aufpassen, dass keine Busbar oder sonst was herunterfällt. Ja, es kann ganz schnell passieren, dass ihr da einen Kurzschluss verursacht. Und das ist absolut fatal. Da fließen ganz schnell ein paar 100 Ampere. Ja, sobald die Busbar dann auch auf diesen Konnektoren drauf ist, am besten sofort eine Mutter zur Absicherung nutzen. Und danach müsst ihr alle Zweierblöcke in Serie schalten. Hierbei muss sich die Spannung immer addieren. Also ihr könnt auch immer zwischenprüfen, ob alles in Ordnung ist mit einem Multimeter. Am besten nach jeder seriellen Verbindung checken, ob die Gesamtspannung um die 3 bis 3,6 Volt ansteigt, je nachdem, wie ihr die Akkus dann geladen habt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass ihr zwischen verschiedenen Materialien, also zwischen den Akkupolen, die manchmal aus Alu sind oder irgendwie beschichtet sind, und den Kupferbusbars, da solltet ihr sowas wie Polfett benutzen. Also so ein Zeug hier. Das hat den Sinn, dass da eventuelle Korrosion vorgebeugt wird. Also das kann ich nur dringend empfehlen, das zu tun, weil das kann relativ schnell passieren. Okay, als nächstes kommt das BMS dran. Das müssen wir jetzt anschließen. Und hier ist es relativ einfach. Ihr müsst halt diese BMS-Konnektoren nacheinander anschließen. Hier fängt man zum Beispiel bei Minus an und schließt dann ein Kabel nach dem anderen an. Und das muss immer diese 3,65 Volt weitergehen oder 3 Volt, je nachdem, wie voll die Akkus bei euch dann sind. Denn das genau misst das BMS. Das heißt, zwischen einem kleinen Kabelchen und demnächst muss halt immer die 3,6 Volt irgendwie sein. Habt ihr dann alles angeschlossen, dann müsst ihr, also nur im Falle des JK BMS, aber das benutzen sehr viele mittlerweile, ich kann es auch nur empfehlen, dann müsst ihr 5 Volt zwischen dem B- und dem P- des BMS anlegen. Dann piept es einmal und das Teil startet dann. Danach könnt ihr das BMS mit dem Smartphone verbinden und alle Werte einstellen. Für Lithium-Eisenphosphat sind da sogar schon Voreinstellungen vorhanden und die sind eigentlich auch vollkommen okay. Die kann man erstmal so nehmen. Ja, jetzt kommt der große Moment. Ihr schließt den Akku tatsächlich jetzt an den Wechselrichter an und dann könnt ihr euch freuen. Ja, wenn ihr alles richtig gemacht habt und da alles so ist, wie es sein sollte, dann läuft das Ding jetzt los und akzeptiert den Akku. Ist ziemlich cool. Welcher Spannungsbereich ist sinnvoll? Also wo stelle ich meinen Wechselrichter ein? Wann fängt er an zu laden? Wann hört er auf? Und so weiter. Ich selbst nutze einen Spannungsbereich von 3 bis 3,4 Volt pro Zelle. Also das wären dann quasi von 48 Volt insgesamt bis zu 54,4 Volt. Und durch diese kleine Einschränkung in der Spannung erhöht er die Lebensdauer des Akkus nochmal ganz enorm. Also da kann ganz schnell mal ein Faktor 2 rausspringen in der Lebensdauer. Okay, der nächste Schritt ist extrem wichtig. Ihr müsst die Verbindungen unter Last prüfen. Das kann ich nur dringend empfehlen, das zu machen, weil ich glaube, hier passiert relativ häufig was. Es geht darum, dass alle Verbindungen, die ihr habt, also quasi hier mit den Käbelchen oder den Busbars oder was auch immer, jede Verbindung, die halt irgendwie viel Strom führt, die müsst ihr prüfen, ob die irgendwie heiß wird oder irgendeine Auffälligkeit da entsteht. Dabei Hitze ist in der Regel das, was da passiert. Dafür empfehle ich eine Infrarot-Kamera. Dafür einfach unter starker Last die IR-Kamera, also die Wärmebildkamera, draufhalten und schauen, ob alle Verbindungen, Sicherungen und Kabel und auch die Akkus selbst kühl bleiben oder ob ihr da irgendeine Auffälligkeit erkennt. Ich zeige euch mal hier so ein Beispiel von mir, wie das aussehen kann. Ich muss aber zugeben, dass meine Kamera sich irgendwie immer neu kalibriert und nicht mehr richtig funktioniert. Also da bin ich echt ein bisschen verärgert auch, weil die hat nicht lange gehalten. Also ich kann von dem Ding tatsächlich nur abraten. Aber um starke Temperaturschwankungen nochmal zu sehen, reicht es tatsächlich noch aus. Also das kann man noch halbwegs erkennen. Neue ist allerdings unterwegs. Aber ich kann es nur nochmal wiederholen. Die Wärmebildkamera ist sicherlich eines der besten und wichtigsten Werkzeuge, um Akkuerwärmung, schlechte elektrische Verbindungen oder defekte elektrische Geräte zu detektieren. In meinen Augen gehört hier jedes Repertoire eines DIY-Akubastlers. Okay, der nächste Schritt. Isolieren und Heizung, falls nötig. Die Akkus werden auch wie gesagt von selber warm, sodass mit einer Isolierung, falls ich da irgendwie in einer kühlen Umgebung bin, so wie es bei mir ist, weil ich habe die in einem Container stehen, dass das wirklicherweise ausreicht. Da müsst ihr einfach mal beobachten und je nachdem noch eine Heizung dazu packen. Bei mir war das tatsächlich nötig. Ich habe jetzt die Akkus in Steinwolle eingepackt. Ich weiß, das Zeug ist juckig und so weiter, aber es ist sehr feuerbeständig und isoliert sehr, sehr gut. Und ich muss da nicht mehr so oft ran, deswegen ist das für mich okay. Zusätzlich musste ich aber wirklich noch einen kleinen Frostwächter einbauen, der dann einfach bei minus, also unter 5 Grad dann anspringt und nochmal ein bisschen Wärme erzeugt. Das hat aber bisher bei mir absolut gereicht. Also bisher haben die Temperaturen bei mir noch nie unter 5 Grad Celsius gegangen, also von daher ist das erstmal alles in Ordnung. Okay, das war es jetzt von mir erstmal vom Aufbau. Der Akku läuft jetzt bei mir seit mehreren Wochen sehr zuverlässig und ohne jegliche Probleme. Falls ihr nochmal Detailfragen habt oder ich irgendwas vergessen habe, dann besucht unser Community Forum. Ich habe das eingerichtet, damit DIY-Begeisterte sich da irgendwie gegenseitig helfen können. Und das Motto dort lautet einfach keine Frage ist zu dumm. Ja, nicht zu fragen, allerdings ist sehr dumm in meinen Augen. Und das Forum ist praktisch von DIY-Leuten für DIY-Leute. Bezahlen tue ich das von den YouTube-Einnahmen hier, also da müsst ihr auch nichts irgendwie spenden oder sowas, das läuft so. Also probiert es einfach mal aus, lohnt sich, ist eine super coole Community, wie ich finde. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann steckt mir ein Abo, lasst mir ein Like da. Ich freue mich immer sehr über sowas und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.